Ja und es geht auch schon weiter Wir sind gerade, ich habe keine Ahnung, irgendwie auf dem Weg zu unserem Großvater. Zumindest so halb irgendwie. Ich glaube der will gegen uns kämpfen. Im Moment habe ich nicht so gerade den Eindruck, dass das ein guter Großvater ist. Aber das kann sich ja nur alles ändern. Oh, da bist du wieder. Und das sind schlechte Manieren. Ich hoffe ich habe ihn erwischt. Super, ich habe einen getroffen. Einer der stärksten Attacken hier in dem Spiel habe ich gerade eingesetzt und ich habe es verkackt. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da liegt er ja. Dann habe ich es ja vielleicht doch nicht verkackt. So, wollen wir das hier neu irgendwie hier übernehmen. Mir gefällt es nicht, dass da unten so ein fetter Rot da ist, der sich Richtung Blau bewegt. Ja, die Attacken sind so geil von den Typen. Boom. Und jetzt. Jetzt übernehmen wir hier diesen Scheiß. Passt doch. Passt doch. Ja, da lag einer auf dem Boden, der geflänt hat. So, bisschen Aufräumen auf dem Weg. Franky? Aha, okay. Wo ist er denn? Ach, der ist da drüben. Zum Beispiel stehen hier mal weg. Oh, jetzt haben sie da unten das Territorium eingenommen. War ja klar, da ja gar kein Schutz dazu vorhanden war. Egal, wie man jetzt hier Franky ein fünftes Mal gefühlt hat. Was macht der denn da? Der Bademeister. So nenne ich ihn. Was macht der denn da? Der Bademeister. So nenne ich ihn. Woa. So bot. Franky? Franky du bist plötzlich so stark? Elen, Pauma? Aha. ja haha da wir sind besorgt was ist das unterhose oder was ha ha hm weil oder ground eine Das ist ein Schuss! Das ist das, was ich, der letzte船 zu machen. Das war es ein Schuss. Das ist das... Das ist ein Schuss! Wait, Frank. Das ist noch nicht... Du hast nicht die Schuss des Schuss. Es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr so auf den Weg bin. Ich habe über die ganze Welt ausgesucht, und mich über die Beziehung und die Probleme verletzten, und ich bin auf der Welt gekommen. Wenn ich das Leben auf den Weg bekommst, habe ich nicht so, dass ich das Leben habe. Ich habe mich immer verändert. Ich habe mich nicht verändert. Wenn du jetzt in diesem Stadion machst, hast du alles verpflichtet. Du bist gut. Mach dir selbst, Frankie. Was ist das? Dann sieht er noch scheiße aus. Gibt ihn wieder seine Unterhose. Oh Gott. Oh Gott, bitte gib ihm seine Unterhose wieder. Danke. Besser. 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 Während die noch fliegen, gibt's den Punch von mir. Hm, noch hat er sich wohl nicht, entschuldig. Na, dann gehen wir doch einmal auch zu Lysop. Bist du Lysop? Ne. Bist du Lysop? Ja. Das kannst nur du sein. So, auf jeden Fall ist der Weg frei, also der kann sich jetzt hier... gemütlich nach oben bewegen. Wo kommen denn immer die ganzen Feinde her? Ja, während er sich so dann gemütlich nach oben bewegt... Ähm. Oh. Wo ist es jetzt? Ja. Aber... Ich bin ein etwas größerer Gegner. Wo ist er? Hä? Da unten ist jetzt ein Fragezeichen? Ich laufe mal zu denen hin. Na, was wohl? Cool. So, räumen wir den mal noch auf. Oh, der ist ja kräftig. Eieieiei. Ich hab' das gedacht, dass es noch so knackig heute wird. Oh, ich bin ein Eis. Schon wieder. Ich komm' nicht an den dran. Hm, jetzt hüpft der auch noch hoch. Oh. Ich hab' das Gefühl, ich richte keinen Schaden an. Ähm. Hm. Ich renne jetzt mal zu dem Opa, der hoch. Das bietet sich jetzt gerade sowieso an, da Zoro am Flüchten ist. Oh, der ist schnell platt. Oh, der ist schnell platt. Ich hab' das Gefühl, 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 ich hab' das Gefühl. Gum, 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 gum. So, wir müssen heute leider ein bisschen überziehen. Oh, die übernehmen ja wieder alles. Mach' ihn fertig, Ruffy. Das letzte Mal hier deine Muskeln spielen. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Geht doch. Geht doch. Das war's jetzt. Sehr verwirrend. Geht doch, geht doch. Oh Gott. Los, hol ihn. Gummi-Hama raus und Lass mich nicht mehr. Ich werde dich nicht mehr. Ich werde dich nicht mehr. Ich werde dich nicht mehr. Alter, schwierig. Hör mich. Das war's für heute. Schönen. Ja, Wahnsinn. Woh! 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 Schön! Schön, 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 schön! Herrlich! Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ich bin mal gespannt, ob wir einen neuen Helden kriegen, mit dem wir mal spielen können. Vielleicht Franky oder... Weiß nicht. Schauen wir mal. Den müssten wir ja gleich mal dann spielen. Wir haben eine seltene Münze erhalten. Aha. So, wieder mal automatisch verteilen. Mal gucken, ob das funktioniert. Naja, gut. Ja, schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like dabei. Und ja, so langsam, soweit ich auch weiß, neigt sich auch One Piece so zum Ende hin. Ich glaube, es gibt fünf Episoden, weshalb ich schon ein bisschen mit den Gedanken spiele, was als nächstes. Wenn ihr da einen Wunsch habt, eine Idee habt oder irgendwie so, lasst es mich doch wissen. Vielleicht komme ich ja eurem Wunsch nach und werde dann dieses Spiel let's playen. Natürlich vorausgesetzt, dass es entspricht meinem Genre und meinem Gefallen, das ich gerne spiele. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, Abo da lassen. Ja. Also, danke und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.